servus pyrus herzlich willkommen zu einem neuen video heute für euch im test die wq barracuda bei aldi süd gekauft für 1499 waren es preis unten in der video beschreibung eine 50 schuss batterie 20 mm kaliber 50 sekunden brenndauer 467 gramm neem xxl power star batterie ja zum allerersten mal hier unten im aldi süd erhältlich gewinn interessante form erhältlich gewesen so sieht das ding aus hat sowohl der haupt als auch eine ersatz anzündung ist ein ordentlicher klopper auf jeden fall vielversprechend das seien gefällt mir auch echt ganz gut von dem karton macht auf jeden fall was her und ja dann hätte ich gesagt starten wir jetzt mit dem test der barracuda von weko weko barracuda so Sehr, sehr geil. Eigentlich echt nice. Zwischendrin die Phase mit den Kometen. Zwar etwas langweilig, dafür, dass es relativ stark startet, aber trotzdem echt ein gutes Ding.